Wo sind wir denn? Da oben, D4. Wir müssen zu A. Wo hat Werner gesagt? A0 und A1. Gibt es so kleine Mini-Flugplätze. A0 und A1, glaube ich, war das. Da können wir mal nachschauen, ob wir ein Heli finden. Ein Heli wäre aber auch geil. Gehen wir jetzt noch in die Middletcherbase? Doch, doch. Aber weißt du, was ich mache? Ich werde das so machen. Achso, du hast einen Poncho. Jetzt habe ich in dein Auto reingeguckt. Hoppala. Ich werde das so machen, dass ich meinen Rucksack da lasse. Mir einen anderen, leeren Rucksack nehme. Brauchst du vielleicht einen? Ich habe zweimal einen Wanderrucksack. Ich muss schauen. Ich glaube, ich habe auch noch einen dabei. Aber ich schaue erst mal. Und eine Nahkampfwaffe nehme ich mit. Ich werde vieles da lassen, falls ich hops gehe, dass ich nicht nochmal reinrennen muss, um die Sachen zu holen, weißt du? Essen und trinken brauche ich nicht. Ich gebe alles ins Auto. Schießen werde ich vielleicht nicht müssen, hoffentlich. Ich gehe einfach alles ins Auto ran. Ja, okay. Oh ja, der Wanderrucksack reicht, glaube ich. Und dort werde ich mich dann mit anderen Sachen ausrüsten, die ich finde. Obwohl die Stiefeln, ja, sind eigentlich egal, aber scheiß drauf. Und nur den einen Wanderrucksack snagge ich mir. Und das Katana lasse ich vielleicht auch da und die Schotti. und werde mir mein Metallschwert, oder habe ich was anderes zu verteidigen? Und Baseballschläger, genau. Ich werde den Baseballschläger mitnehmen. Und wenn der verloren geht, die juckt es mich nicht. Ja, ich glaube, die Pistole nehme ich schon mit. Aber ich nehme, glaube ich, extra eine andere Hose mit. Genau. Na, also ich bin in der Hoffnung, dass wir hier drinnen guten Shit finden. Der Rucksack ist groß genug, also da werde ich sicher einiges mitnehmen können. Eine Pistole, glaube ich nicht, dass wir sie brauchen. Baseballschläger reicht vollkommen. Ich renne einfach so rein. Nackt wie Gott mich schuf. Falls ich hops gehen sollte. Dass ich, weil auf den einen Rucksack, ich habe noch einen, weil ich habe sogar noch zwei und einer ist noch in der Basis. Also ein Wanderrucksack und noch einen Polizeitaktikrucksack oder so habe ich hier noch. Ist ja wurscht, wenn das verloren geht. Habe ich den einen Rucksack weg? Du hast noch einen, oder? Ja, brauchst du einen Wander? Ja. Zum Glück bin ich im Messi. Ohne Witz. Zum Glück bin ich ein Messi. So, hab ihn hier. Mhm. Mach ich drauf in dir. Danke. Es ist halt blöd, weil wenn ich guten Shit finde und ich gehe dort hops, dann gehe ich sowieso wieder rein. Aber wenn ich sage, ja, jetzt habe ich Sachen gefunden, das ist es mir eigentlich gar nicht wert. Weißt du? Ja. Ja, wenn man das will, das will ich auch wegtun. Wird sich noch ein Broncho drüber. Yay. Meine Militärhose ist weg. Warum? Die hast du vielleicht in der Basis oder du siehst es nur einfach wieder nicht. Die taktische Militärhose hattest du die ganze Zeit an. So weiß ich noch letztens. Da ist sie. Nein, das ist eine Arbeiterhose. Genau, die hatte ich auch an. Und ich hatte noch eine taktische Militärhose. Die habe ich angeklickt, doppelklickt, dann war sie weg. Oh, da liegt sie unterm Auto. Fahr das Auto kurz weg. Liegt safe unterm Auto. Wie du mich mal reinzuckst ins Auto. Liegt sie nicht. Kann es sein, dass die Sachen vielleicht echt im Boden schurpen? Nö, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Oder du hast sie im Rucksack drin jetzt. Jetzt kommt es. Tatsache. Ja, wenn dann im Anderen, oder? Das weiß ich nicht. Ist mir nämlich kalt. Die wird gleich wieder warm, wenn der Typ kommt mit seinem Feuer... Flammenwerfer. Feuerwerfer. Hm. So reiße ich die Typen auf. Ich habe eine Panne. Ne, im Rucksack ist er auch nicht. In dem Rucksack, den ich die gegeben habe vielleicht. Ne, der ist leer. Hä? Der lässt halt die Hose dabei. Ja. Ich finde es halt nur komisch, dass die weg ist. Warum habe ich eigentlich einen dreckigen Lumpen dabei? Egal. Okay. Dann. Komm mal da rein. Geh mal ran. Das wird lustig. Warte mal. Ja, aber rennen wir so? Vielleicht? Ja, der uns nicht, äh... Der uns nicht gleich sieht, ne? Oh, Zombie. Machen wir die gleich weg, schnell. Mann. Mann, warum sind die ja so stabil, Alter? Das gibt's doch nicht. Was dreckst du? Passt. So, pass auf. Jetzt blute ich schon. Ja, gut. Ich habe keine Kleidung an. Ich ziehe mich einfach so. Ich ziehe mir den Dreck an, was die haben. Ist zwar alles kaputt. Oh, fuck, ich habe ja den Baseball-Schläger habe ich ja im anderen Rucksack. Egal. Aber jetzt. Schau ich schon gut aus. Oder wenn ich das reparieren? Kriege ich halt nicht gut repariert. Schau ich schon gut aus. Oder Blutung. Ja, schau es auf die Blutung, oder? Problem ist halt, ich kann in den Sachen nichts einstecken. Das ist nur, damit ich nicht komplett nackt hier herumlaufen muss. Da ist ein Loch im Zahn. Aber Zocchi, wenn sie es einer leisten kann, dann tut. Du bist zu süß, Betsy. Er ist ein süßer. Okay, warte. Der schaut gerade nicht gleich in die weiße Hüte ran. Vielleicht gibt es doch einen Bunker. Das wäre geil, oder? Dann finden wir richtig guten Shit. Nein, die Tür ist auf der anderen Seite. Nicht, dass ich jetzt schaue. Oh, er schaut. Rein, 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 rein. Zumachen. Die geht nicht zu. Oh, Gott sei Dank. So, eine Mütze und eine Brille, der geht ja richtig ab. Was ist das? Ist das Giftgas? Was haut'n der da raus? Oh, ACP-Munition. Ey, Bruder, was ist das? Was qualmt'n der so? Gas. Shit happens, oder? 9mm Munition. Kann ich brauchen. 38er Munition. Kann ich zwar nicht brauchen, aber ey, mitnehmen. Ich glaube, den kann ich nicht mehr raus. Doch, der hört bald ab. Ordentlich. Nein, dann schnurf. Du nimmst all das mit, okay. Wow. Weißt du was? Da ist gerade was explodiert. Ich glaube, der lässt uns nicht nur rufen. Ja, ich glaube, wir müssen mal kurz in Deckung. Der muss mal, der muss mal das Interesse an uns verlieren. Ich weiß, es ist schwer, weil wir so interessant sind, aber... Ah, siehst du? Hört schon auf, oder? Ja, ja, hört schon auf. Ich hätte gesagt, wir rennen gleich rüber. Na, warte, warten wir noch kurz vielleicht. Du meinst ins nächste weiße Gebäude? Mhm. Okay. wenn er weg geht weiter. Soll ich mal öffnen? Wir machen mal auf. Ich glaube, er ist weit genug weg. Uh, warte. Bleibt gedruckt, Pätsch. Gerne, Klaas. Nehmen wir mit zum Verkaufen. Oh, Gott. Ja, er hat mich voll erwischt. Mach die Tür zu. Oh, Gott. Oh, geil. Bessere Hose. Oh, Gott. Der hat nicht mal irgendwie so ein Zeichen von sich gegeben, dass er jetzt schießt. Der dreht sich um. Also, sag's euch. Wollen Sie sich die schießen? Ja, zum Beispiel. Oh, ich hab ein bisschen Benzino. Das kann ich jetzt nicht einstecken. Ich lieg's dabei auf dem Boden. Oh, geil. Also, ich find jetzt gut Kleidung gerade. Oh, Werkzeug. Ähm. Jünger Situation. Ich hab nix zum zerlegen. Hast du ein Messer mit vielleicht? Ähm, nein. Shido. Warte mal, reicht das Metallschwert? Geht das vielleicht? Man müsste vielleicht, dass du bei Lumpen vielleicht für mich zerlegst. Ja, warte mal, hast du was? Na, ich hab nix. Waffen Reinigungsset hab ich jetzt. Warte mal, ich hab vielleicht ne Bienie. Ne Bienie kann ich. Boah, ich blut richtig stark. Oh, mein Gott, Bruder. Der hat mich ja richtig zerbröselt, Alter. Danke dir, Mann. Behandeln. Hey, behandle dich. Bin zu blöd, um mich zu behandeln. Achso, ich muss halt... Ach Gott, hab ich vergessen, wie's geht, Alter. Ich glaub, ich überlebe das nicht. Alles verliert an Farbe hier. Kannst du mir auch ne Bluttransfusion geben? Wow, damit hab ich jetzt echt nicht gerechnet. Ja, wie ich hätt auch schon mal so einer erwischt. Shit, ich hab kein Messer anstecken. Wir könnten hier noch ein paar Sachen zerlegen, nämlich. Meine Mütze zum Beispiel. Kannst du mir die noch zersäbeln? Ja. Ich hab nur noch 33% Leben. Geht schnell runter. Okay, jetzt geht's einigermaßen wieder. Aber trotzdem blutig noch. Und Schmerzen hab ich. Oh, danke dir, sehr lieb. Ich ist ja sehr lieb von dir, so. Hast du nur Antibiotika dabei, falls es zu dreckig ist, das Zeug? Alles Gute ist alles im Rucksack, also im Auto. Wow. Ich hab aufgehört zum Bluten. Ich nehm mir den Kanister mal ein Stück mit, außer... Ich find gar nicht was schmack. Ja, nee, ich hab den extra lassen, weil ich hab mal gedacht, da ist nur vier oder so drin, gell? Fünf. Fünf. Ja, gut. Aber das war's mir nicht wert, weil wir haben eigentlich eh gut... Jetzt ist der Schick, wo gehen wir jetzt lang? Ich lass ihn da. War nochmal ein weißes Haus daneben? Nee, ne? Nee, ich glaub, es war nur zwei. Es gibt hier noch so ein normales Haus gegenüber. Wie du auf einmal schon wieder angezogen bist. Ja, ich hab halt... Oh, er macht auf! Warte, wir müssen warten, bis er nach rechts abbiegt, okay? Weil er geht ein Stück nach rechts. Na, ich bin schon im Deck oben. Ich hoffe, er hört mich nicht laufen. Ich trau mich halt jetzt nicht lang zu machen. Da hoch, da hoch, da hoch, da hoch. Wieder hoch. Da hoch? Ah, okay. Normalerweise hat er gar keinen Aim, der Typ, aber diesmal hat er mich gut erwischt. Aufpassen, aufpassen. Der Bray schießt durch Wände. Ich geh auf die andere Seite, wenn ich da irgendwo reinkomme. Oh no, doch nicht. Ganz oben? Nee, ganz oben ist es nicht wert, oder? Ah! Was? Na ja, er soll weggehen, der Bray, wenn er den nervt. Glaubst du, dass ganz oben im Kran das ist? Ich glaub, eher nicht, ehrlich gesagt. Nicht, gell? Ich glaub, das ist wirklich umsonst. Irgendwie bin ich da hoch. Ja, mach. Du kannst das ja versuchen. Er ist unter uns. Oh, er hängt fest. Warum klären wir an meiner eigentlich schräg hoch? Du hast das mit dem Innenohr. Aber im Bunker gibt's hier nicht oder so, gell? Warte mal, ich schau mal, wenn ich oben bin, was ich alles seh. Gut, ich renn kurz hinter seine Hase ran. Was unten bei uns war. Ah, da war ne Kiste zum Luken. Wow, schießt der auf dich? Nee, auf dich. Na, dann schießt er aber echt schlecht, oder? Bis ich tot bin. Nee, schießt er auf mich. Okay. Okay, weil ich denk mal, er könnte mich eigentlich, sollte mich nicht gesehen haben. Nee, kein Bunker, glaub ich. Ich bin da runter. What the fuck, Alter? Der Freer hat's drauf. Oh, da kommt Tommi, ist auf die Tür gekommen. Auf mich? Ja. Das ist gar nicht geil. Hey, tut er weg, tut er weg, sterb. Oh, Mann. Oh, Mann. Wo ist meine Maus? Ich hab meine Maus verloren. Ich seh nix. Ich seh was. Ich seh nix. Biss hier nur. Aber ich krieg aufs Maul. Uh. Fangen sie die Tür zu. Oh, das Gas ist aber nicht so sexy, oh ey, leider. Ich bin gleich tot. Gar nicht laufen. Oh, fuck, der Schreiber. Ah. Ich bin kurz raus. Das Gas macht mich fertig, grad eben. Ich bin raus kurz, gell? Nur zu deiner Info. Ja, ich seh dich. Ähm. Ich hoffe, die Zombies verrecken auch im Gas, Alter. Hoffentlich sieht er mich nicht. Oh, warte mal. Unten ist ein Schritt unten, ist noch mehr Base. Geht's da noch weiter? Ich versuch grad, die Zombies wegzuklatschen hier. Ne, unterhalb. Das sieht aus wie ein Flugplatz. Also könnte man da Flugzeuge starten. Oh ja, dann müssen wir hingucken. Komm her mal, Digga. Komm schon, Brudi. Los jetzt, Alter. Ich muss jetzt schauen, dass ich hier runterkomme, ohne zu sterben. Geht's nicht runter? Hä? Mann, warum ist denn der so stabil, Alter? Sag mal, können die Leitern wegschießen? Nein, eigentlich. Also, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich nehm an, nicht. Oh, fuck. Oh ja, ich glaub... Oh, shit. Ich geh kurz in Deckung. Also, ich glaub, ich seh, was du meinst. Ganz verschwommen. Oh Gott. Ja, mir geht's jetzt gar nicht gut. Mir geht's richtig dreckig, Betz. Gehst du runter? Ja. Gut, warte, ich komme mit. Brauchst du Lumpen oder kann ich dir irgendwie helfen? Ja, kannst du mir mal ins Gesicht pinkeln, Alter. Ich seh nix. Oh, rennt da auch ein Meg? Ja. Oh, da rennen sogar drei. Okay, bück dich. Ja, okay. Hol'n raus, pinkeln mir ins Gesicht. Das war hinlegen, hoppola. Warte, ich geh raus aus der Ego. Ich möcht das nicht... Aha. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ah, meine Sicht wird schlimmer. Ach, Menno. Also, da sind wir richtig gearst, wenn wir von hier kommen, schätze ich. Ich seh das nicht richtig, aber... Ja, es sind zwei Megs, seh ich von hier. Wie viel Leben hast denn du eigentlich? 100. Wirklich? Ich hab 32, Bruno. Ich bin auch... Ich bin ja auch voll ins Gas rein, also... Nicht so geil. Ich dachte, das trübt nur etwas deine Sicht, aber nee, das zieht auch ab. So, lass uns da runter. Vor allem, weißt du doch, wo unsere Autos sind? Die sind über uns, ne? Wir müssen doch wieder zum. Ja, das ist nicht das Problem. Okay. Denn ich wette, mit dir, wir werden so oder so stehen. Also, ich. Ich bin mir so, sag mal, 98% sicher, ich geh hier, hab's. Lass mich bitte hier nicht allein. Nein, jetzt fahren wir da eh oben irgendwo wieder. Oh, shit! Was denn? Nein! Das war jetzt ein Krampf, Betsy. Oh, Zocki! Mal schauen, wo ich einsteig. Jetzt trotzdem weiter in diese Base, okay? Ja, ja, geh! Ich versuch... Ich versuch, hier auch zu landen. Nee, doch nicht. Nee, 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 nee. Oh, nee, ich bin so weit weg. Scheiße, die Komme. Ich bin so weit weg. Ich glaub, ich muss in die Richtung, oder? Mach einfach den Fallschirm auf. Hat geklappt. Shit. Ja, ich war zu... Ich hab einfach keine Geduld fürs Schleichen und Kriechen und so. Also, ich hab nix verloren. Ich hab halt nur Schiss wieder vom Zurücklaufen. Ich sag dir, zum Glück hab ich mir einen anderen Rucksack genommen und so. Glaub ich auch. Stimmt, deine Leiche liegt jetzt hier irgendwo, gell? Mhm. Soll ich bei dir bleiben? Na, du kannst dich ruhig hochfahren, wenn du Bock hast. Nee, dass du ungefähr... Nee, dass du ungefähr... Ja, schon, aber dass ich in der Nähe bleib, dass du ungefähr weißt, wo du bist. Ah. Ich glaub, ich weiß ungefähr, wo ich bin. Kein Stress. Vor allen Dingen, du bist ja irgendwo oberhalb schon gestorben, ne? Ich bin ja ganz... Nee, ich bin runtergefallen. Aber es kann sein, dass die Leiche oben liegt. Nee, glaub ich nicht. Müsst auch runter, die Kohlerzahne, ich weiß nicht. Ja, das war dumm. War irgendwie klar, ich hätte langsamer gehen oder anders gehen müssen. Naja, Gott. War ein bisschen vorher, Leck. Aber meine Sicht war halt getrübt. Alles war verschwommen. Weißt du, ich wusste nicht, wo ich hingehe. Aber lass jetzt kurz mal gucken. Stoffwechsel. Aber das Gewicht und das alles bleibt. Das ist schön. Oh, verdammt. Oh, der Zombie hat mich gesehen. Hm. Dauert nur leider, bis ich hier bin, ne? Ein bisschen. Aber gut, wenn ich jetzt irgendwie... Ich weiß nicht. Aber wenn es hart auf hart kommt, kannst du ja den Rucksack und vielleicht die Hose und das alles, was bei mir liegt, mitnehmen. Weil ich werde versuchen, eventuell... Lustig, dass du das sagst, weil ich will gerade deine Leiche suchen, wenn ich ehrlich bin. Warum? Was hast du vor? Nichts. Einfach nur... Einfach nur Leichen. Aber ich weiß nicht, wo du runter bist, weil ich bin nämlich... Da war der Funkturm. Funkturm. Ich glaube, das war ein Funkturm. Wie oben? Ja, vom Berg runter Richtung Funkturm. Ich denke. Den sehe ich gerade nicht, weil ich unten bin. Da steht doch unten. Ich glaube, das war ein Funkturm. Keine Ahnung. Vielleicht war es was anderes auch. Vielleicht war es eine Kantine. Ich weiß auch nicht. Kann alles gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ich einen Funkturm... Wo bist du runter? Wo bist du hin? Ich halte dich fest. Such dich Nord, Süd, Ost und West. Und nur nicht beim Funkturm. Nur nicht beim Funkturm. Ja. Stehen unsere Autos eigentlich auf der Hauptstraße? Nee, gell? Nee. Ich weiß gar nicht, wo die stehen. Das ist das Problem. Ich weiß nur, dass ich wieder hoch muss, wenn ich zu mir die Autos will. Ich glaube, du bist nicht ganz so weit runter, wie ich. Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass du irgendwo oben auf den Steinen liegst. Ich weiß nicht, wie das Rennen abrennt, ne? Wie das Spiel das berechnet, ne? Ja, ich oder immer. Da habe ich studiert. Was fühlst du von mir? Ich kann nicht einmal das ab jetzt sehen. Ich bin ganz ehrlich, wie sie ist. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach hochreiner soll, um die wieder zu sehen, oder ob ich weitergehen soll. Ja, ich bin gerade da, gell? Also, ein bisschen dauert es noch. Ich sehe auf jeden Fall schon das Gebiet. Ist das gut? Ich gehe wieder hoch. Ich gehe auch hoch, ich da. Weiß du. Weiß du. Warte mal, ist hier irgendwo ein Mech? Ein Mech? Was ist ein Mech? Ein mechanischer Idiot. Ein Mech. Ein Mech? Ein Mech? Ein Mech oder ein Mech? Mech. Was sagt man denn dazu? Arschloch, wenn es auf dich schießt und Schatzi, wenn du mit dem Kuscheln möchtest. Ne, ich Mech. Ist schon ein Mech, gell? Ja, ist ein Mech. 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 Einfach Mech. MacGyver. Das ist der MacGyver. Der Baselplatz. Wenn du dem kommen willst, dann musst du dich einfach nur in den hineinversetzen, verstehe? Ja. Dann musst du drin sein. In die Mech. Du musst denken wie Roboter. So ein bisschen so automatisch. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. So denkt der Roboter. Ja. Da musst du denken wie ein Algebra. Okay, passt. Ich bin jetzt wieder da, wo wir durch den Zaun durch sind. Oben. Wo wir raus sind oder wo wir rein sind? Wo wir raus sind. Und da steht ein Mech und der schaut direkt in die gegenseitige Richtung. Er hat mich jetzt nicht gesehen. Oh Gott. Also ich bin jetzt. Ich habe ein Tier gehört. Ich bin jetzt am Anfang einer Landebahn. Und da rennt ein Mech herum. Oder am Ende der Landebahn. Ja, ich komme ja von der anderen Seite. Also ich bin ja gleich unten. Ah, er soll. Und ihr rennt extra runter. Verstehst du, dass ich sehe, wo dein Körper ist? Verstehst du? Naja, ich bin nicht ganz unten. Ich renne schon einen Berg da entlang. Aber ich bin ziemlich weit unten. Sag mal so. Ich weiß aber jetzt nicht, wo der Körper runtergegangen ist. Ich habe ihn ja gefunden. Ich smote, ich smote. Aber sobald du meinen Namen siehst, musst du in die Richtung Laffer. Laffer? 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 Laffer, ja. Oh, Bessi. Da ist ein Bunker. Da ist ein Bunker. Ja, das ist geil. Aber du brauchst den Zeigl. Den Zeigl? Zeigl? Zeiglfinger. Du brauchst den Rucksack und so einen Schoas. Was? Einen Schoas brauche ich auch. Einen Schoas. Den Schoas lebe ich mit. Der hängt in der Hose. Oh, oh. Was war das? Ich muss aufpassen auf meine Ausdauer. Ich glaube, jetzt kommen Zombies. Kann das sein? Ich sehe dich leider nicht. Wo bist du denn da? Unten auf dem Feldweg fahre ich. Also so ein... Was ist das? Hast du das Auto mitgenommen oder was? Nee. Na sicher. Ich bin mit einer Autorie gespannt. Was glaubst du? Du hast gesagt, da fahre ich. Nein. Warte mal ganz kurz. Nein, nein, nein. Betsy, nicht übertreiben. Nicht sterben. Betsy, Betsy, Betsy. Sieht das die Max? Oder wie? Was ich da höre? Jetzt sagt er auch Max. Hörst du? Ich... Ich höre... Fuck. Ich habe mir mal... Nein! Was denn? Ah, ich sehe den Namen. Sie sind verletzt. Ich bin runtergefallen. Oh, aber du hast es wenigstens überlebt. Ja, ich kann dir jetzt nicht helfen. Also... Also ich kann dir eins, was ich machen kann. Ich kann die... Ich kann mich ausziehen. Ja, warte. Ich habe einen Lumpen. Ich kann mich ausziehen. Und vielleicht... Findest du das so... Ja, ich höre Sachen. Ich auch. Das macht mich jetzt ein bisschen nervös. Das habe ich am Bogen gefunden. Jetzt habe ich das Problem wieder mit dem Schatten. Dass der so komisch dargestellt wird. Hä? Hä? Das schaut ja krank aus. Hey, ich habe Schott im Money. Okay, ich muss jetzt nur wieder heilen. Hä? Das schaut ja alles krank aus hier. Aber ich... Oh, ich habe mir das Bein gebrochen oder irgendwas. Oh je. Ich habe ein Jagdgewehr. Ich bin jetzt schon am Bluten. Ich habe noch nicht mal meine Leiche geholt. Ich habe eine Pistel. Die kann ich nicht einstecken. Ich sehe deinen Namen. Ich höre Sachen. Ich höre nur Milch. Wie ich stöne. Noch eine Pistel. Ich versuche mich gerade mal in Sicherheit zu bringen, dass ich heilen kann. Was brauche ich denn da für eine Munition? Was steht hier? In 1891... Maisy, alles krank. Ja, das ist mies. Brauche ich jetzt 1891 am Muniz? Was brauche ich denn da für eine Munition? Das habe ich jetzt nicht rausgelesen. Oh, ich habe Munition für dich. Ich höre doch lieber dein Zeug, dass wir dann zusammen sind. Das will ich gerade, aber es juckt mich gerade so in den Fingern, hier herumzugucken. Und ich höre Sachen. Oh, warte mal. Ich glaube, ich bin richtig. Ja, ich sehe dich. Ich sehe dich. Aber ich muss gerade... Ich habe 26 und noch lebens. Okay. Bist du nackt? Nee, du hast diese Uniform. Okay. Na. Hatte ich irgendwas verfolgt? Außer meine... Wenn hier keiner hochkommt. Boah, gut, Alter. Da ist einer. Da ist einer. Den mache ich nahkampfmäßig fertig jetzt. Na, soll er herkommen? Ich glaube, hier irgendwo bin ich down gegangen, Alter. Komm her jetzt, Uli. Ich habe dich hier nicht... Ach, da liegst du. Ja, meine Lebenssteine gerade noch nicht. Ich habe nur 26. Oh, fuck. Das war ein Egel. Ja, sie kommen alle. Oh, no. Gar kein Bock. Bei mir bist du sicher. Komm hier zu mir hoch. Warte, ich wollte nur kurz gucken, ob ich meinen Kollegen hier... Also meine Leiche sehe. Weil ich glaube, die hängen da irgendwie fest. Gerade, dass man das nicht sieht, ne? Wie in the forest oder so. Ja, gell. Aber ich muss hier runtergegangen sein eigentlich. Das ist der Funktion, den ich gemeint habe. Okay. Ich glaube, dass du ein bisschen weiter oben liegen geblieben bist. Meine Vermutung. Oh, fuck. Ich höre viele. Nee, da liege ich schon. Okay. Mann, heil doch endlich mal. Ich glaube, ich brauche eine Schmerz... Ja, ich brauche eine Schmerztablette. Ich habe aber keine und du auch nicht. Fuck. Nein, Schmerztabletten habe ich nicht, leider noch. Kann ich da gar nicht weiterhelfen damit. Und da, hier so. Aber wenn du... Also, blöd jetzt da. Schau ich dann. Oh Gott, ja. Kommt her. Gut, der ist da, ohne. Vielleicht mache ich mal kurz ein Messer. Ich habe nämlich einen Bogen. Vielleicht mache ich mal ein paar Pfähle, sicherheitshalber. Ich brauche nur Steine. Hallo? Steine. Ich blute. Ist aber scheiß drauf, wurscht. Hier kann ich nicht nach Steinen suchen. Hast du dich dann nackig gemacht? Kann das sein? Nee, du hast... Zombie soll... Nein, der Zombie ist... Ich habe mich nicht nackig gemacht, nee. Warum nicht? Ich bin hier oben und habe immer nur 26% Leben. Das heilt mich. Misha, was ist... Was... Wie arm... Ach Gott, Bruder. Ich habe Schmerzen. Das ist das Einzige, was gerade sein Problem ist. Und ein Kältegefühl. Kältegefühl. Ich brauche eine Hose. Hast du keine Hose? Nö. Warst du da oben schon looten? Ähm... Da oben war ich schon, ja. Wo du bist. War dein Messer zufällig oder so? Nö. Aber du hast wenigstens ein gutes Plätzchen, wo du eigentlich sterben könntest und dich schnell wieder findest, ne? Ja, aber die Leben gehen gerade wieder hoch. Ich bin gerade bei 70%. Das Problem ist, ich finde gerade kein Stein. Ah, hier. Geht's bald wieder besser. Nein, das wollte ich gar nicht. Nein, das will ich gar nicht. So, Handwerk. Vielleicht finden wir da unten in der Base irgendwas Warmes zum Anziehen für mich. Oha, du nimmst mich ganz fest in den Arm, Zocki. Ich wusste, du stehst drauf, sowas. So, ich mach mir jetzt ein paar Pfeile. Habe ich Platz dafür? Sollte ich eigentlich. Was heißt, ich stehe auf sowas? Also, du weißt schon, wie wir uns nachts warm halten. Wenn wir ganz fest umstehen. Nur mit Körperwärme. Hey, du hast, hast du gräulich, einen gräulichen Bart bekommen? Wie kann das sein? Den habe ich schon die ganze Zeit. Wirklich? Ja. Da sieht man mal, wie du mich beachtest. Gar nicht. Oh Gott, Rudi. Okay, ich mach dir dann, ich mach dir dann, ich mach dir dann das. Keine Ahnung. Das war aber nix an einem hier. Ja. Sechs Pfeile. Ah, da war noch einer. Nein. Weiß Gärchen, mein Bärchen. Bätzi, bobo. Also, das nächste Mal kommt irgendwie Bätzi, du bist ja blond. Bätzi, du bist ja ein Kerl.